so hallo ich hoffe hier läuft alles sieht aber soweit gut aus ich begrüße euch zu einer weiteren folge von Mario Maker wir sind noch ein bisschen im wieder rein finden allerdings ihr habt es gemerkt meine tolle Vorhaben mehr in der Woche aufzunehmen hat nicht so gut funktioniert weil es waren zwar die 9. Klassen weg aber es wurde halt alles mit Vertretungen zugestopft und das ist natürlich völlig in Ordnung hat aber halt meine Planung was die Videos angeht jetzt nicht gerade förderlich warum ist da der Ladekreis kann ich bitte weiter machen okay nicht gerade sehr gefördert ja und dann waren auch noch andere Sachen und jetzt habe ich auch über die Ferien ganz schön viel wieder zu tun aber so ist das halt da hat man eine Fachsitzung und plötzlich hat man fünf neue Aufträge die man vorher nicht hatte so ich meine Sonne hätte neue Sachen hochgeladen jawohl und da können wir erstmal reingucken und zwar eins zwei drei vier fünf neue Sachen sehr schön let's go Spukhaus mit einem Geheimnis Level von Joris sechs Jahre alt auch hier noch kein Erfolg jemals gehabt aber da ist jetzt auch relativ neu immerhin schon 23 Versuche wer auch immer das war ich werde der Erste sein so so muss das okay okay ja okay also ich sehe schon mit mit sechs Jahren wird man dann einfach zum Kaiso Erbauer so zack okay 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 so let's go okay ähm oh ich verstehe ich verstehe was ich tun muss ich verstehe was ich tun muss so nein ja 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 nee nee das muss da hoch das muss da hoch nein ah ja oder so oder ich muss da hoch so geht's auch ähm kann ich den nicht so hoch Dosen irgendwie ich dachte ich kann den irgendwie so hoch pfeffern aber irgendwie nicht äh ähm ja ich glaube ich habe mich gesofft dort oder kann ich das nee nee okay äh ich glaube ich glaube anders ich glaube anders ach so Momentle mal ich könnte das ah ja ich könnte auch mal hier draußen gucken vielleicht ist ja hier was mit dem Springboard dass man da drüben höher kann oder so hm ja mal rausfinden beziehungs was ist wenn ich sitze nee aber hier ist ja das ist ja der gleiche nee okay okay wir gehen mal hier raus was ist hier oben nix okay okay damit rausgehen ist es nicht die Lösung okay also hier kann ich nach wie vor rein aber man konnte doch irgendwie konnte man doch solche Swamps nach oben stoßen mit einem Springboard mit einem Springboard irgendwie funktioniert das noch nicht wie ich das möchte irgendwie konnte man doch Swamps nach oben stoßen aber irgendwie weil ich denke dass das das ist was ich hier tun muss aber das passiert halt noch nicht also dass ich den so nach oben ne aber wie 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 mach ich das ich kann auch nicht damit so hoch springen bei ihm weil das nützt auch nix ich bin überfragt also stößt ihn also ich dachte ich kann ihn irgendwie so nach oben stoßen weil er müsste halt da hoch ne hochgestoßen werden und dadurch müsste er dann da oben die blöcke kaputt machen aber das passiert halt noch nicht aber was mache ich denn falsch versteckte blöcke sind hier ja vermutlich jetzt mal nicht oh ich bin ein okay ja 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 natürlich die Stammfattacke war es alles klar so jetzt kann er darüber und ich kann da hoch da habe ich nicht dran gedacht dass ich da diese Stammfattacke machen kann ok so ok 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 da will ich nicht runter so schon eher jetzt haben wir wieder irgend so ne so ne kettenreaktion ich hätte ich dadurch gemusst was ach hier hoch ach was ist hier drin hier drin höh ok dich löse ich nicht mehr aus sollte ich nochmal sterben und hier neu rein müssen ok jetzt habe ich es mir natürlich oh gott jetzt habe ich mir natürlich hier äh ein Problem gebaut äh ok hier so geht das jetzt überhaupt noch ohne zu sterben ja ja den lösen wir nicht mehr aus ja das war auch nicht so gut das hat auch nicht funktioniert und zack ah das dass ich das dass ich da falsch äh falsch lag ist ein bisschen bisschen bische ärgerlich aber ist ok so ich glaube die ranke brauche ich gar nicht oder ich glaube die ranke bräuchte man gar nicht so wir wissen bescheid wir lösen nicht oh ähm ah das ding muss erst ah ich verstehe ja wir lösen nicht diesen block hier aus und dann sieht die welt schon ganz anders aus so zack 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 nein du gehst wieder hoch ich geh rüber ok sehr schön ok prima da geht es nicht nur auf speed one wir haben ja noch genug level vor uns und mein ziel war hier vor allem erster zu sein das passt so halbautomatisch und kurz zwölf sekunden ok das hat schon jemand gelöst let's go ok da ist ein pilz abgehauen ah da ist er wieder und das war's ok das war tatsächlich kurz dann müssen wir da jetzt auch nicht groß auf speedrun gehen ok wir haben hier den rekord gebrochen ohne dass wir es wollten sehr schön gut links schwert mario 2 pilz ok oha 11,11 prozent ok ein neuntel na dann gehen wir mal rein eine minute noch was war der rekord eine minute und hoppala 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 oh mein gott was eine soundkulisse hier hilfe yo oh mein gott oh mein gott was passiert hier das muss über mir irgendwas sein hilfe nein ich will hier nur schnellmöglich raus ja oh gott ok ok go 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 stop kurz ich musste abschießen hier oben jawohl und jetzt hier da da rein da oh gott ok hier ist hier alles normal Puh. Hier ist alles normal. Ah, nein, 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 da wollte ich nicht rein. Aber wenn ich jetzt den Schlüssel hole, bin ich doch dead, dead. Komme ich denn da ran? Ja, aber jetzt bin ich doch dead. Hier komme ich ja nicht mehr runter. Entschuldigung. Ne, hier komme ich nicht mehr runter. Ja. Okay, also den Schlüssel darf ich nicht holen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder eine lustige Soundkulisse. Wupp. Okay. Nein. Nein. Okay. Raus hier. So. Also gehen wir in die Tür rein. Oh. Das ist eine Reset-Door. Ach, ich kann den Schlüssel bestimmt abschießen, ne? Ja, klar. Natürlich. Oh, und jetzt sind wir dieser Mario. Okay. Deswegen auch Link und Mario 2. Oh. Äh. Wir gehen mal hier rein. Oh mein... Ach so. Ah, das ist egal, wo man reingeht. Also fast egal. Okay. Okay, äh, da sollten wir den Rekord doch ganz gut hinbekommen. Wäre das nicht eh schon. Ja, aber da machen wir einen neuen Rekord draus. Da machen wir gerade einen neuen Rekord draus. Nein. Mist. Der ist... Der muss natürlich sitzen, sonst wird's nix mehr im Rekord. Der muss natürlich sitzen. So. Ich muss ungefähr von dem zweiten Block aus, ne? Genau. Ah, verdammt. So. Ei, 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 ei. Zack. Jetzt aber. Ah. Ei, ei, ei. Nein, weiter. Okay. So. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Wie das hier gedacht ist. So. Und jetzt nur noch schnell hier runter. Zack, 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 zack. Und den ersten Block gleich nehmen. Ui. Sehr schön. So. Dann nimmt man auch gleich das Leben mit. Gut. Da sieht doch schon besser aus. So. Fast nur Spinjump. Okay. Dann gehen wir da auch mal rein. 91 Versuche hat's hier schon gegeben. Aber ist auch ein sehr kurzes Level. Also wenn da eh nur... Wenn's eh kurz ist, dann ist das wahrscheinlich sinnvoll, dass es fast nur Spinjumps sind. Ah ja, ich seh schon. Ich seh schon. Ich seh schon. Äh. Oh, ich muss hier hoch. Ne, ich muss hier runter. Ah, der muss das kaputt. Ne, ich muss... Hä? Achso. Ah, okay. Okay, wie hat das einen in zwölf Sekunden? Da muss ich noch mal kurz gucken, wie man das in zwölf Sekunden macht. Ja, wobei 18 Sekunden sind auch nicht so viel langsamer gewesen. Und jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ich muss einfach direkt hier hoch. Den auslö... Na. Ah, wobei. Ja, klar. Wenn ich hinterher gebe, bin ich am schnellsten. Logisch. Aber wann das hat das... Oh, 487. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp geworden sein. Das hat gereicht. Okay, sehr schön. Dann ein kurzes Level, aber schwer. Okay. Und noch kein... Ja, nice. Ich kann mir den nächsten Erster holen. Let's go. Ich hole mir den nächsten Erster. Ich muss den kaputt rutschen, wa? Das müssen so Tricks sein, die er sich irgendwie irgendwo abgeguckt hat. Ja, ja, genau, genau. Ich muss den kaputt rutschen. Ah, nee, ich kann von hier wahrscheinlich auch, oder? Ja, wobei. Nee. Ah. Das Problem ist, ihn halt zweimal zu erwischen. Das ist das Problem. Ah, nice. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Ah, Mist. Oh, jetzt muss ich da irgendwie... Oh Gott. Ich kenne doch die Tricks nicht. Okay, es hat funktioniert. Ich kenne den Trick zwar nicht, aber es hat funktioniert. Sehr gut. Ähm. Ich bin am überlegen, aber ich weiß nicht, ob ich da hoch... Ah, wobei, wir haben ja zwei Stück. Ja, nice. Wir haben ja zwei, wir haben ja hier noch eins. Okay, das war... Okay, das ist... Das war das war der größte Schwachsinn, den ich jemals gemacht habe. Ich habe nicht nachgedacht. Ach, das war der größte Schwachsinn, den ich jemals gemacht habe. Hier ist ja sogar ein Pilz drin. Ja, dann kann ich einfach so durch. Ach so. Dann habe ich ja hier den... Oh. Aber ich will vielleicht sogar klein sein. Ich glaube, ich will sogar klein sein. Oh Gott, wie ging das? Wie habe ich das gerade gemacht? Oh no. Oh no. Oh, wie habe ich das gerade gemacht? Ja. Nein. Ja, und jetzt noch da irgendwie durch. Oh no, das sah gerade so einfach aus. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ha! Okay. Jetzt am besten nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr sterben. Jetzt am besten nicht mehr sterben. So, zack. Einmal der, einmal der. Ja, aber dann kann ich jetzt auch den hier machen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. So. Und das war's. Ich wollte noch sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwelche... Aber es sind zum Glück keine Stacheln, es sind nur Springboards. Immerhin keine Stacheln. Dann ist alles gut. Dann ist fair. Das ist fair. So. Er hätte ja auch Stacheln hinbauen können, das wäre dann gemein gewesen. So, bin ich Erster, da hat mich jemand... Hat's jemand vor mir geschafft. Nice. Sehr schön. Okay. Da dieses Ding mit diesem Zwischenteil da drin ist, will ich jetzt hier nicht nochmal den Rekord versuchen, weil das... Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Okay. So. Was haben wir denn noch Hübsches hier überhaupt in unserer Favoritenliste? Also, das sind natürlich die ganzen Sonnelevel. Und ich will natürlich auch die Musiklevel mal ein bisschen nachholen. Ähm. Vielleicht gibt es ja irgendwelche coolen neuen Musiklevel. Ich meine, das hier sind so Nintendo Musikdinger, das ist jetzt nicht so, was mich reizt. Watch the clock. Okay, das klingt interessant. Gucken wir uns mal an. Wie lange nehmen wir eigentlich jetzt schon auf? 22 Sekunden, okay. Ah, das ist so ein Level. Okay, das ist cool. Problem ist nur, man muss jetzt immer den Anfang hier abwarten, wenn man da rein will. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Nein, ich bin... Das meinte ich. Na, jetzt muss ich hier wieder warten. Da hätte es vielleicht ein Beispiel auch getan. Nicht zwei, aber ist okay. Und Achtung. Okay. Und jetzt aber wieder. Jetzt muss es sitzen. Und... Nice. Zack. Okay. Äh, was? Was? Oh, äh. Ah, jetzt sind es zwei Stück. Ich verstehe. Okay. 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 Ja, das ist jetzt aber vielleicht das sogar, als der Anfang. Weil ich könnte ja sogar runterfallen. Das wäre ja nicht mal schlimm. Okay, cool. Ja, okay. Nette Idee, aber... Nette Idee. Bleiben wir einfach bei nette Idee. So. Oh, das sieht nach Anime-Musik aus. Rein da. Ah, nee. Night of Nights. Okay. Aber ist auch in Ordnung. Okay. 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 Und jetzt geht's richtig los. Ah, man erkennt schon. Doch, man erkennt's. Okay. Oh, kein Rekord geholt. Am Anfang zu lange gebraucht, wahrscheinlich. So, noch mehr. Das ist jetzt aber dann wahrscheinlich auch Tohu oder sowas. Rein da. Ah, nee. Spy Cross Family da steht's. Hab ich nie geguckt. Hab ich nie geguckt. Kennt es jemand? Ist das gut? Ich weiß, dass es ein relativ gehypte Anime ist, aber hab ich nicht bisher angefangen. Daher kenn ich jetzt das Lied halt auch nicht. Aber ist bestimmt richtig gemacht. Ja, das war's. Das war schön, aber ich kannte es halt nicht. Aber das macht ja nix. Man muss ja nicht alles kennen. Ja, das war klar, dass man hier auch nicht mehr den Rekord holen kann. Mario Christmas Miracle. Okay, das klingt eher nach Weihnachtlich. Yoshi's New Adventure. Oh, Benni hat auch mal wieder was gebaut. Oh. Ha. Ah, was eine Abschlussrate. Äh, das könnte, das könnte schief gehen. Das wird wahrscheinlich nix für mich. Das wird wahrscheinlich nix für mich sein. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Oh Gott. Ist das dein Ernst, Benni? Nein, ich wollte nicht springen. Miest. Ich wollte nicht springen. Also, Finger weg von der Sprungtaste. Ich hoffe, das wird nicht noch enger. Oh Gott. Ich hoffe, das wird nicht noch enger. Nein, 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 nein. Wir hatten es, wir hatten es fast. Wir hatten es fast. Oh no. Okay, let's go. Aber bisher machbar. Bisher machbar. Bisher nicht so, dass ich sage, möchte ich nicht spielen. Finger weg von der Sprungtaste. Da war ich zu hektisch. Finger weg von der Sprungtaste. Und nicht an den Rand kommen. Wo bin ich denn da gerade angedotzt eigentlich? Die Stelle ist kritisch. Es ist wieder dieses typische, du kommst beim ersten Mal durch. Ich und dann nicht mehr. Ah, warum? Warum ist das so, dass man beim ersten Mal immer am weitesten kommt? Ja, jetzt kommt gleich diese lange Stelle. Und eigentlich kommt jetzt nichts schweres mehr. Ah. Okay, was jetzt? Bitte Checkpoint. Checkpoint. Okay, kein Checkpoint. Ist mir egal. Das nehme ich auch. Huh. Schön. Das war sogar der Rekord. Noise. Was hat Benni noch so gebaut in letzter Zeit? Okay. Habe ich die anderen da unten? Ach, das sind alle. Ja, komm, dann spielen wir Bennys Level auch gerade mal noch durch. Das sind irgendwelche Superwelten. Irgendein Teil einfach. Eins, drei. Okay. Okay. Ja, let's go. Ähm. Okay. Interessant. Oh, äh, ja, okay. Das war jetzt nicht die beste Idee, scheinbar. Muss ich da, ah, ich muss da wahrscheinlich, ach so, ich muss, ja, okay, ich hab's gecheckt. Ich muss hier jeweils immer die, äh, die, 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 die Wege dann hochgehen. Und dann komme ich da wahrscheinlich bei den Röhren raus. Na, dann hat jedes Item, hat eine Challenge. Okay, wer hat den Schlüssel von euch? Ah. Ah. Oder muss ich alle, ach, scheiße. Muss ich alle killen? Könnte auch sein. Na. Na. Na, so wird es nix mit dem Rekord. Okay. Also, die in der Mitte müssen, nein. Oh. Ich wollte gerade sagen, die in der Mitte müssen schon mal weg. Die Moles sind ja eigentlich völlig egal. Die stressen ja überhaupt nicht. Okay, so. Kann ich nicht sogar von hier aus? Ah, ne, kann ich nicht. Oh, da ist der Schlüssel. Ja, easy. Hatte doch nur einer den Schlüssel. Okay, sehr gut. Dann haben wir das doch schon mal geklärt. So. Die nächste Challenge mit dem Superball. Ja, ich wollte gerade sagen, kann ja eigentlich nur der Hammerbruder haben. Sehr gut. Jetzt der Checkpoint. Jawoll. Und die letzte Challenge hier hinten. Mit dem SMB 2 Mario. Nein! Das war bad. Jetzt kriege ich die nämlich nicht gekillt. Ah. Ärgerliche Momente. Ärgerliche Momente. Aber ich verstehe, was ich machen soll. Okay, let's go. So nicht. So wird's nix. So wird's nix. Okay. Nein, den wollte ich nicht auslösen. Oh mein Gott. Are you serious? So. Noch ein neuer Versuch. Okay. Sehr schön. Ja, wow. Ich hab genau den nicht erwischt, der den Schlüssel hat. Okay, dann weiß ich aber jetzt... Nein! Dann weiß ich aber jetzt, wer den Schlüssel hat. Ach, komm schon. Das ist doch wohl nicht wahr. So. Raus hier. Okay. Jetzt natürlich die große Spannung, was jetzt danach kommt. Okay, noch ein Kampf tatsächlich. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, was aber natürlich bei Bum Bum nicht passiert. Aber würde ich jetzt sterben, würde ich alles von vorne machen müssen. Aber wie gesagt, passiert natürlich nicht bei Bum Bum. Easy. Okay, sehr schön. Ja, der dritte Raum hat's mir ganz schön gegeben. Der dritte Raum hat's mir ganz schön gegeben. Aber gut. So. Dann. 1,4. Clowns Kutsch. Ach so. Ach doch. 1,1. 1,2. Jetzt sehe ich das erst. 1,3. 1,4. 1,5. Und ab dann hat er aufgehört zu nummerieren. Okay. Also 1,4. Clowns Kutschenschlucht. Oha. 6 Minuten 14 Rasierer. Er ist der Einzige, der es geschafft hat. Okay. Okay. Dann rasieren wir mal den Rekord. Perfekt. Genau so rasieren wir den Rekord. Oh mein Gott. Nein. So rasieren wir den Rekord noch nicht, aber das kommt noch. Mark my words. Jawoll. So. Was ist jetzt mit dir? Okay. Dahin. Und jetzt? Jetzt kann ich hier rüber, aber auch... Ah. Okay. Okay. Wir gucken erstmal hier rüber, was hier gewesen wäre. Ah. Wahrscheinlich geht es hier zu einem Leben, ne? Äh. Ist hier irgendwas versteckt? Oder wofür komme ich hier hin? Ha. Okay. Weird. Ja, jetzt muss ich wieder durch so... Oh, da ist das erste Leben. Okay. Heute ist aber auch der Part mit den merkwürdigen Geräuschkulissen. Ei, ei, ei. Und er mag diese Stacheln, ne? Er mag diese Stacheln. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nein, ich... Ich habe da aber gerade eine ganz dunkle Vorahnung. Ich glaube, da oben ist ein Pilz. Der vielleicht runterfällt nach einer Weile, weil der da oben rumfährt oder so. Keine Ahnung. Aber es... Na, den hätte ich ja sehen müssen eigentlich. Ah. Ich weiß nicht, was da oben ist. Oh, come on. Na, das ist ein Hammer, Bruder. Nein, ich bin nicht gesprungen. Nein. So. So. Ne, hier ist nix Oh mein Ich wusste es Ich hab's doch genau gewusst Aber da gehen wir mit dem Clown-Kart hin Ach komm So Hoch da jetzt Hoch da Nein, ich muss da warten Das war zu niedrig Der war zu niedrig Ich muss da warten Sonst komm ich eh nicht hoch Sonst komm ich da eh nicht hoch So, wir warten Jetzt So Jetzt holen wir uns das Leben Easy Aber ich bin doch vorhin da sogar rumgesprungen Mann Dass ich den nicht erwischt habe Ist schon echt kritisch Ich hoffe da ist nicht noch ein Leben versteckt Das wäre echt ärgerlich Weil wir brauchen ja drei Stück Heißt es alle eigentlich Okay alle Also alle die es hier gibt brauchen wir Da ist noch eins Dann ist halt nur die Frage Wo das andere ist Mann Oh, diese Geräuschkulisse Jetzt muss ich da wieder durch Ich war doch vorhin schon unten Ich hatte es doch schon Aber da hatte ich eh das eine Leben nicht dabei Also ich hätte es halt eh nicht geschafft vorhin Nein, oh mein Gott Nein, 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 nein Ja, ich hätte es halt vorhin eh nicht geschafft Das ist das Problem Nein, oh, warum springe ich denn nicht Spring doch Jetzt ist das da hinten Weil sie sitzt da hinten Sonst war ich immer weiter vorne So 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 Rüber Rüber Kann ich hier nicht eigentlich auch? Nein, okay Hoppala Okay Nein Ich habe es schon gefühlt, dass ich dagegen dotzen werde Oh Mann, ich war vorhin unten Das ist so ärgerlich Ich mache es schon . Okay. Also, es hilft ja nix. Langsam, 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 langsam. Okay, okay, okay. Ah, okay. So, der Teil ist auch nochmal richtig kritisch. Naaah, der Teil ist so kritisch. Der Teil ist so böse kritisch. Super. Hat gut funktioniert. Super. 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 Nochmal eins. Ah, Mann, mein Kabel haut gleich wieder ab. Moment. So. Gott. Einfach nur durch, okay. Nein! Okay, letzter Versuch. Ich will nicht... Also, das wird sonst zu lang. Das wird sonst zu lang. Ich kann das jetzt nicht ewig machen. Das wollte ich nicht. Das wird sonst zu lang. Das wird sonst zu lang. Okay. Ja, sag einmal. Ja, sage mal. Sag mal, wie komme ich denn da hoch? Sag mal. Ja, ja, wir nähern uns der Sache jetzt wieder nicht mehr. Ja, okay. Oh Gott, wie hoch muss ich denn gehen, Benny? Okay. Da ist das Leben, oder? Ja, okay. Wir haben alle drei Leben. Jetzt ist halt die Frage... Oh Gott. Okay. Und jetzt? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh Gott, ey, wenn da stacheln oder so gewesen wäre. Oh mein Gott. Aber es war mein letzter Versuch. Ich hätte aufgehört. Hei, 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 hei. Wahnsinn. Also du magst echt diese Clown-Car-Stacheldinger. So, dann vielleicht noch die fünf. Okay, eins zipzen. Let's go. Let's go. Na. Oh. Äh, okay. Okay. Dann halt so. Gott, sehr schön. Hui. Obala. Ah. Ach. Ach Gott. So. Röhre ist offen. Ah. Mann. Rein. Ah. Jetzt rein in die Röhre. Rein in die Röhre. Okay. Checkpoint. Okay, kein Checkpoint. Aber bisher auch nichts schwieriges hier. Äh. What? Okay. Ich dachte schon. Hui. Okay. Ähm. Oh, ich muss jetzt böse aufpassen. Weil wenn ich da zu oft runterfalle. Dann mache ich die Steine kaputt und komme nicht mehr hoch. Okay, aber hat sich erledigt. Hat sich erledigt. So, jetzt kriege ich Schwert, ne? Oh Gott, wenn ich das jetzt versaue. Och, ne. Och, ne. Scheiße. Nein. Ein Checkpoint hätte der Stelle ganz gut getan. Mann. Mann. So. Mann. 神. Mann. Mann. Baaah So, das versuche ich jetzt aber auch nur noch einmal. Mann, 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 ey. Ja, nice. Genau das wollte ich. Sehr gut. So, das machen wir nochmal. Okay, hat nicht funktioniert. Yes. Sehr schön. Okay. Denen werde ich doch wohl ausweichen können, ey. Nein. 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 Nein, die da drüben hat den Schlüssel. Die da drüben hat den Schlüssel. Okay, das machen wir jetzt nochmal, weil ich jetzt weiß, wo der Schlüssel ist. Ah. Ey, die letzte Pflanze hat den Schlüssel. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Hmm. 1 1 1 2 1 1 2 1 Nein! Okay, ich habe immer Angst, dass ich zu weit laufe, ey. Jetzt habe ich schon wieder mein Kabel ver... Mann, ich hasse, dass das über dem Stuhl hängen bleibt. So. Oh Gott, kritische Momente. Sehr schön. Lass mich in Ruhe und geh weg. Oh Gott, ey. Und ich muss ja den Link noch behalten, weil ich muss jetzt ja durch den Swamp durch, ne? Genau. Nein, Moment, ey, wie komme ich jetzt überhaupt den... Kann ich den jetzt wegschieben? Äh. Oh ja. Puh, ciao. Okay, bitte, bitte, bitte Ende. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist... Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. Ich dachte, das war... Nein! Boah! Hab ich ein Glück, dass der sich gerade ver... Oh mein Gott, das war super knapp. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Hab ich ein Glück, dass der gerade in der, in der, äh, Unverwundbarkeitsphase war. Boah! Hilfe! Hilfe! Den Rekord hole ich mir nicht. Okay, damit haben wir alles von... Ach, ne. Die Kreissägen-Tour hätten wir noch. Haben wir noch Zeit? Äh. Nein, das ist... Oh mein Gott, Stunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.